So, also meine Lieben, jetzt geht es zum Thema Lumi. Ich habe so viele Anfragen gekriegt zum Thema Lumi und sage, ah, ich schicke mir doch den Link und von dem Lippenstift. Guck mal, der hält noch. Entschuldigung, fällt mir das gerade ein. Ja, ich habe jetzt auch gegessen und ist schon wieder ein paar Stunden her, aber er ist immer noch drauf und alle anderen gehen irgendwie weg und ich finde das immer irgendwie auch richtig cool. Also, zum Thema Lumi, es kommen endlich mehr Informationen. Es gibt ein Video, da wird es auch nochmal erklärt, wie das mit der Bürste und so ist. Das kann ich euch auf jeden Fall sehr gerne schicken und zur Verfügung stellen. Mein Lumi ist wirklich noch zu, weil ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, 24 Stunden irgendwie einen Strom hinzumachen. Aber ich fahre ja jetzt am Mittwochabend heim und dann bin ich bis Sonntag nochmal in Lindau und da werde ich es auf jeden Fall ausprobieren und einstecken und alles Mögliche. Und kann auch nochmal ein Video machen. Also, erst haben wir das gemacht, dann haben wir das hier drauf gemacht. Das ist noch ein Back. Und dann haben wir hier ja getestet, also quasi immer, das sind vier Stufen, immer 50 Minuten, 50 Sekunden. Hier oben hübe, dann die zweite immer so von unten nach oben. Dann hier wieder und von unten nach oben. Immer zwei Minuten. Und ich mache auf jeden Fall ein Vorher-Nachher-Bild. Ich finde es richtig cool, wenn ihr das auch machen würdet, ein Vorher-Nachher-Bild. Oder das wirklich mal zehn Tage oder einen Monat mal benutzt und dann nochmal ein Bild macht. Ich will es mal wissen, ob ihr auch einen Unterschied macht. Also, ich hoffe, dass wir nach vier Wochen hier wirklich vielleicht schon so ein bisschen was sehen. Ach, als ob mir das wichtig wäre. Ja, natürlich ist mir das wichtig. So, also, jetzt geht es zum Thema, wie kann ich diesen Lumi kaufen? Also, es gibt zwei Links. Und deswegen hat es jetzt so lange gedauert, weil ich wollte das wirklich nochmal ganz sicher abklären. Es gibt einen Link als Kunde und es gibt einen Link als Partner werden. Bei Kunden ist der Lumi höher vom Preis. Beim Partner werden ist das der EK. Und wenn ihr den Lumi kauft, der nicht ganz günstig ist, dann würde ich den Link-Benutzer-Partner werden. Ihr habt keine Verpflichtung. Es kommt weder eine monatliche Gebühr oder Mindestbestellung oder irgendwas oder jährliche. Gar nichts. Es kommt wirklich nichts. Ich bin eigentlich schon seit, boah, durch die Lippenstifte seit, keine Ahnung, immer Jahr oder so Partner. Ich habe aber nie was bestellt, sonst immer nur den Lippenstift und kam auch nie was. Also, von daher könnt ihr wirklich, wirklich drauf gehen.